Oh Gott, ich bin im Arsch, ich bin im Arsch, ich bin im Arsch, ich bin im Arsch, lass mich! So, das hier ist der Käsebrot-Freund, willkommen zurück im Hardcore-Modus, Folge 4. Wahrscheinlich eine gute Folge, um zu sterben. Ich hab da so ein Gefühl, ich hab da so ein Gefühl. Naja, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Ähm, bevor ich jetzt irgendwie flende, bevor überhaupt irgendwas los ist. Mein Bett, mein Kram, was heißt hier? Nix drin. Achso, Eisen durchgeschmolzen, jawohl. Rüstung, was hab ich denn jetzt? Achso, genau, ich hab mir hier, dingstil, hab ich schon, ja, Eisenschwert hab ich, oder? Ne, Steinschwert. Okay, ich brauch ein Schwert. Ich hab mal ein Schwert gemacht. Äh, ne, kein Stöckchen mehr, damit. Mal schnell paar, paar Stöckchen gemacht, so, reicht. Ähm, ich will auf jeden Fall mal in die Schlucht runter, ist ja klar. Steinschwert, blup, so, was brauch ich denn alles? Hosen, sonst ist so kalt untenrum, da trage ich gerne so eine gute, gute Eisenhose und so gute Eisenschuhe auch. Die klackern so schön beim Laufen und sogar von Helm reicht's noch. Ach, geil. Eisen-Set. Ähm, was? So, ich soll's vielleicht noch rausholen. So. Okay. Gut, alles anziehen. Yay, volle Eisenrüstung, super. Ähm, Stone-Pick. Eigentlich hab ich sogar das Eisen für, oder? Was soll's, oder? Ich mach mal noch so geschwind... Geschwind noch so eine Eisen-Pick. So, Holz, Holz, Kartottschkis hab ich viel. Viel gematene Hühner, lecker, sag ich noch was. Wie, was? Advancement, isn't it Iron-Pick? Ja, ja, toll. Das ist ja ganz toll. Super. Tür auf. So, was ist hier los? Was geht hier? Ist hier irgendwer? Eisen, oh, Lava. Oh mein Gott, ich werd sterben. Ich werd sterben. Ähm, okay, ich will auf jeden Fall... Ich will auf jeden Fall da runter. So, mal gucken. Wie mach ich denn das am dümmsten? Buddel ich da? Ich glaub, ich buddel mich da so irgendwie runter hier, oder? Was meinst du? Das ist jetzt zwar vielleicht nicht so höchst spannend, aber... Ich glaub, ich hab nicht so Bock. Da jetzt gleich irgendwie... Ah, Fenster... Na, Fensterchen? Ah, da, Fensterchen. So, ich hab nicht so Bock, irgendwie da in Wasser zu springen, versuchen irgendwie. Und dann muss ich mich nachher wieder hochbauen. Ich mach jetzt... Ich mach's anständig, komm. Was soll's? Eigentlich muss ich natürlich, wenn ich's anständig... Ah, wo, nee. Ich wollte grad sagen, ich muss ja auch gleich Fackeln setzen, damit ich, wenn's dunkel wird, da wieder anständig hochkomme, ohne... Nein! Okay. Erster Schockmoment. Hahaha, alter! Okay, gut zu wissen, da geht's schon mal rein. Wollen wir mal mit dem Licht hin? Da ist schon irgendein Fredo, ja. Hinten steht wer. Skelettmann. Bisschen weiter rein lugen. Da steht er gut, ne? Oder? Was sagst du? Ich find, da steht er ganz sympathisch eigentlich. Eigentlich wollte ich runter in die Schlucht. So, komm. Und das heißt, ich mach hier mal... Ja, so. So kann auf jeden Fall keiner raus, ne? Oder das reicht ja mal für den Moment. Huch, ein Fleder! Wo bin ich jetzt reingefallen? Hier bin ich reingefallen. Ah, okay. So, dann... Na, einen noch. Gott, ich werd sterben. Ich werd sterben, die Folge. Ich weiß es. Ich weiß es doch genau. Du weißt es auch. Ja, Fleder jetzt. Mach doch mal... Also, weißt du, das ist ungesund, was du da machst. Das ist gefährlich. Was sag ich? Hier ist hier noch irgendwie versteckt oder so. Nein, nichts Verstecktes. Gut. Gut. Macht das eigentlich jetzt gerade Sinn, was ich da mache? Ich meine, ich könnte mich natürlich auch waghalsig da rüberbauen. Aber nee, nee. Ich will da jetzt erstmal runter. Ich will mir erstmal von unten ein Bild machen. Gucken, wo es da so überall reingeht. Mal schauen, wie das... Wie, wie, wie... Die, die... Weiß nicht. Nicht, wie die Sachlage von unten sich so zeigt. Irgendwie. Mal gucken. Ah ja, ist gar nicht mehr so weit. Das ist ja gut. So, busy noch. Busy noch. Nein, dichter. Weg. Dichter weg. Oh Gott. Ein halber Herzkasper am Anfang. Oh mein Gott. Ach, das ist doch schön. Das ist doch schön. So. Oh, was sehe ich denn? Da so alles. Sind da schon Kollegen oder so? Nein. Ich mache mir hier mal eine Fackel dran. Und... Ups, ups, ups. So, unten. Wie sieht es hier aus? Gefährlich. Gefährlich, gefährlich. Wie sieht es hier aus? Gefährlich sieht es hier aus. Einigermaßen. Oh boy. Oh boy. Oh, Alter. Ich muss hier schnell wieder raus. Ich muss mich gleich mal in mein Bettchen legen und schlafen. Ähm, denn eher so, ne? Nicht, nicht übertreiben. Mit, äh, mit dem Bargemut. Das, das tut selten gut. Ich hoffe, ich komme hier noch wieder. Ja. Ja. Okay. Okay. Tür zu. Ein Stein davor kleben, weil es so schön ist. Und bitte lass mich schlafen. Bitte. Okay, gut. Ein neuer Morgen. Sehr gut. Alles safe hier. Sieht so aus. Pick. Gib mir das. So. Hier auch alles safe. Gut. Okay. Dann. Was? Was waren das für Geräusche? Fleder? Was? Was war hier? Oh, dieses Fleder. Alter. Du machst mich ganz nervös. Machst du mich, du Fleder, du. Gut. Was? Nein? Niemand? Okay. Hier ist alles Juti. Das sieht schon, das sieht schon spannend aus hier. Doch. Gefällt mir so. Ach, das ist ein Huhn? Fällt mir so ganz gut. Ich mach, glaube ich, erst mal hier ein bisschen wasserdicht zu. Damit mich das nicht irgendwie da runterschubst. Gell? So. Ich mach schon erst Eisner mit, wenn es hier schon so rum liegt. Das muss sein. Ja, so. Komm schon. Dich noch. Gut. Im Ende ist natürlich jetzt die Frage. Wie ich eigentlich so, wie ich eigentlich so weitermache. Es hilft ja eigentlich nur, nur weiter runter, ne? Weiter runter, da, wo es Diamanten gibt. Viel. Boah. Leck mich fett. Ähm. Äh. Okay. Was ist das? Boah. 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 Hilfe. Hilfe. Was ist das für eine Schlucht? Eigentlich ganz sympathisch so. Weil es gibt hier so eine obere Ebene und dann, wer sich traut, geht noch weiter runter. Boah. 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 Oh, ein Ei. Vielen Dank, mein Freund. Das finde ich super. Wow. Krass. Äh. Okay. Ähm. Wow. Aber zu sehen. Ach Gott, ich habe so Schiss. Panik. Ähm. Das bohrt erstaunlich wenig. Da unten ist ein bisschen Obsidian, den ich nicht brauche. Wie sieht es hier so aus? Lass mal so gucken ein bisschen. Wie es hier so aussieht. Oh, es grunzt. Ich muss mir irgendwie ein bisschen meinen Ton ein bisschen lauter machen. Ich weiß nicht genau, ob man es dann... Oh. Oh. Oh, boy. Alter, es grunzt ziemlich nahe. Wo grunzt es denn? Ich meine, es ist nur ein dummer Zombie, aber... Boah. Wenn ich mich hier herunterschubst, bin ich tot. Oder bist du oben irgendwo? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Was gibt es denn hier? Gold etwa? Ernsthaft? Boah. Wo bist du? Was? Was? Da ist er. Okay. Ich bin in ein Loch gefallen. Alter. Komm schon. Lass mich hoch. Leck mich. Oh Gott. Schock. Schon wieder. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, Käse. Das war sehr souverän. Ein weiteres Mal. Was? Oh. Was? Bin ich jetzt da gerade drüber geflogen? Oder was? Oder? Habe ich einfach nur Dusel gehabt. Hier gibt es Gold. Ich meine, wenn ich jetzt schon sterbe, dann wenigstens reich, oder? Ich nehme das Gold mit. Wo bist du? Oder ist es nur der eine? Ich weiß nicht. Gib mir das. Voll sündellos. Ich weiß, es ist Gold. Braucht kein Schwein. Aber hey. Es ist Gold. Kann ich doch da jetzt nicht liegen lassen. Nein. Immer noch. Ach nee. Ich voll Arsch. Ach man. Ich bin so ein... Ach. Scheiß Ding. Ich bin so ein Depp. Das ist so eine Kacke. Oh nein. Jetzt muss ich auch noch arm sterben. Verdammt. Wo grunzt denn das hier so? Unfassbar, ey. Krass. So ein Billo-Zombie macht einem normal überhaupt nichts aus, aber... Puh. Was? Ist hier einfach noch eine Hexe irgendwie unterwegs, oder was? Okay, das sieht mir ein bisschen gefährlich aus da. Da will ich jetzt nicht runter. Ich glaube auch nicht, dass es mir da irgendwas bringt, da runter zu gehen. Ich gehe mal hier ein bisschen lang. So. Panik. Okay, jetzt bin ich hier unten. Gut. Gut, gut. Gut. Ja, gut. Hilft nichts, wa? Weiter runter. So, lass mal schnell hier. Aha. Aha. Bisschen weiter runter. Schwurbeln. Reicht das denn schon? So. Reicht schon. Ja, ist cool. Oh Gott. Ah, da ist der erste Heini, der sich zeigt und mal Hallo sagen möchte. Hallo, guten Tag, der Herr. Das ist mir außerordentlich unsympathisch hier so von der Struktur. Stirb. 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 Dankeschön. Was ist das, was ich meine? Das ist dann hier. Ah ja, okay. Gut. Ist das erstmal nix. Ich mache mal so eine Fackel dahin. So. Okay. Wie sieht es hier eigentlich so aus? Lava. Und es geht weit runter. Da will ich aber jetzt nicht lang. Ich glaube, ich will eher mal so hier weiter, ne? Was ist? Gold. Ich muss doch nicht arm sterben. Yay. Also mal, kann ich eigentlich die Lava da ausklipsen? Vielleicht mache ich das mal zur Sicherheit so. Komm. Dann wird es halt hier ein bisschen dunkler. Aber was soll's habe ich eigentlich noch? Ja, Kohle ist da. Fackeln sind kein Problem. Äh, Fackel. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Boah. Überall fett tiefe Löcher, wo man reinfliegen kann. Das ist ja, das ist ja, das ist ja super. Ich bin gut ausgesucht hier. Boah. Nein. Eine rein. Okay. So ansonsten sieht es hier noch mehr Gold. Naja, Gold. Gold. Muss schon sein. Hier eine Fackel ran. Okay, jetzt bin ich hier hin. Ah, eine Spinne. Hallo? Du ekliges Scheiß. Ich hasse dich. Stirb. Stirb. Au, stirb. Stirb, 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 stirb. Stirb doch endlich. Klick. Oh, geh hoch 10. Wie viel verdreckendes Kackviech, ey. Mann, oh Mann. Ich muss mal was essen. Leckerne Kartoffel. Komm. So. Burp. Das Gröbste ist auch immer so schön. So. Hier ein Licht hin. Was ist hier? Was ist da? Oh. Creeper geht hier. Oh boy. Das will ich eigentlich ja ganz vermeiden. Weil ich glaube, der macht mich echt in einem fertig, gell? Ohne wie viele Schläge brauche ich für den? Vier, fünf. Boah, leck mich. Alter. Wie viele denn noch? Oh, oh, oh. Jui, jui. Das wird ja lustig. Das wird ja lustig. So. Da ist ein bisschen Eisen. Das hole ich jetzt da schon mal raus. Bevor ich jetzt sterbe. Ich muss dann ein bisschen Eisen sammeln. Damit ich... Wenn es jetzt dann bald mal Nacht... Wobei in der Höhle Nacht ist ja nun auch Wurst, ne? Das stört ja nun niemanden. Da ist sowieso dunkel. Das bohrt uns sowieso da und was. Was ist hier so? Da geht es noch so irgendwie weiter, aber... Im Moment uninteressant. Okay. Wo ist das Gold? Wo bin ich denn jetzt hier? Wo bin ich denn hergekommen? Hier vielleicht? Ah ja, hier. Das ist Gold. Sehr gut. Ist schon Nacht? Ne, ist noch Tag. Okay. Ha, 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 ha. Hallo? Hilfe. So, jetzt aber bitteschön. Gold. Yay. Ich bin reich. Okay. Ich sterbe nicht als armer Mann. Das war schon mal eins meiner erklärten Ziele. So. Was ist hier hinten? Ist hier was? Was? Oh? Hä? Hä? Hallo? Hallo? Nein? Ah. Wo? Wo seid ihr? Ah. Ich bin so nervös. Alter Schwede, ich bin so nervös. Okay. Okay, dass hier irgendwo von oben, von unten, von allen Seiten irgendwas auf mich drauf fällt. Und mich mit einem Kaboom ins Jenseits befördert. So, da unten ist noch ein bisschen Eisen. Warte mal, komm, ich nehme das auch mal mit. Oh, das ist echt scheiß gefährlich hier, glaube ich. Ich werde sterben. Ach, ich bin so eine Memme. Ich weiß. Ein Eisen hier. Oh, das ist cool. Das ist cool. Oh, das ist super cool hier. Das ist easy. Da oben. Uninteressant. Eisen. Dankeschön. Ah, komm. Dich noch. Dich noch schnell. Und dich nehme ich auch noch mit. Jetzt da. So, danke. Uah. Und das hier halt auch noch. Im Gottes Namen. Komm. So. Hier hinten war ich irgendwie schon. Okay. Wo geht es denn jetzt hier? Oh, da geht es weiter. Oh, da geht es weiter. Okay. Mal gucken. Ist hier? Nein. Noch bin ich sicher. So. Ach ja. Suchen nach Diamanten. Das ist eine super Idee. Aber was willst du doch sonst machen im Hacker-Modus, oder? Ich meine, das ist halt nun mal echt nur Rüstung, Rüstung, Rüstung. Oder? Macht man da? Sonst doch großartig was. Ähm. Hm. Hm. Eisen. Vor allem brauche ich jetzt mal. Ich habe kein Bett dabei, ne? Scheiße. Ah, Scheiße. Das ist natürlich auch blöd. Warte mal. Vielleicht kann ich doch nochmal zurückgehen. Vielleicht kann ich doch nochmal pennen. Oh, Kollege. Stirb. Stirb. Du Assi. Oh. Oh, der Bogenschütz. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no, no, no. Nicht der Bogenschütz. Scheiße. Den. Oh. Du Assi. Ja. Genau. Brenne. Hahaha. 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 Ah. Pff. Bui. All right. So. Burp. Komm ich wieder nach. Oh Gott. Ich glaube, ich komme nicht mehr heim, oder? Kann das sein? Oh. Oh. Wer brennt? Wer brennt wo? Warum? Wo bin ich hergekommen? Ähm. Ah. Bin ich hierher gekommen? Vielleicht. Doch. Ich glaube. Ja, ja, ja. Okay. Oh. Hallo. Guten Tag, der Herr. Ich hoffe, du stößt mich, wenn ich dich da jetzt einfach wieder runterbolze. Alter. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Naffensäge. Da liegt ein Huhn ein Ei. Gib mir das. Dankeschön. Äh. Scheiße. Wo bin ich hier? Wie komme ich hier wieder raus? Oh. Fuck. Äh. Wo bin ich denn hier? Wo ist denn... Oh no. Äh. Alter. Lasst mich leben. Ich bin es doch nur der Käse. Ja. Oh Gott. Das ist... Äh. 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 Nein. 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 Das ist die Schätze. Ich bin im Arsch. Oh Gott. Äh. Ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Ich bin im Arsch. Lass mich. Ich bin im Arsch. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin im Arsch. Ich esse mich. Gott. Ich bin im Arsch. Oh Gott. Und die Zeit ist ab. Wie praktisch. Oh mein Gott. Äh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin fett im Arsch. Gut. Ich würde sagen. Ich richte mich immer häuslich ein. Ich mache es mir immer gemütlich. Das ist doch ein praktischer Punkt. Um diese Folge abzuschließen. Oh. Leck mich fett. Alter Schwede. Okay. Er und seine zwölf Kollegen. Na klar. Gut. Also. Folge vier gerade nochmal überlegt. Alter. Ich freue mich drauf. So. Das wird witzig. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es dir gefallen hat. Daumen hoch und so. Und. Bis dann. Dann mach es gut. Ciao. Ciao.